Spaltung – Lise Meitner Elise – Liesel – Lise Meitner – Lies Meitner – Die Meitner Alle diese Namensvariationen markieren Schritte auf dem Lebensweg der 1878 in Wien geborenen Lise Meitner. Es ist der Weg eines eher schüchternen Mädchens hin zu einer international renommierten Wissenschaftlerin. Vater Philipp, er war einer der ersten Juden, die in der Donaumonarchie als Rechtsanwalt zugelassen wurden, bereitete seine Tochter mit folgenden Worten auf die Männerwelt vor. Liesel, ich erzähle mich eines Artikels von einem Dr. Möbius. Er legt dar, dass mathematisches Denken und ein weibliches Gehirn Gegensätze wären. Und wenn dann doch mal ein weibliches Wesen mathematisch begabt wäre, dann müsse man es quasi als etwas Naturwidriges betrachten. Jetzt magst du das komisch finden, aber es gibt noch viele Männer, die das für bare Münze halten. Philipp und Hedwig Meitner stammen aus jüdischen Familien, doch ihre acht Kinder sind protestantisch getauft. Bildung, nicht Religion, spielt die Hauptrolle in dem gutbürgerlichen Haushalt. Die Kinder wachsen in einer liberalen und intellektuellen Atmosphäre auf. Musik und Literatur haben einen festen Platz im Familienleben. Liesels Vater legt großen Wert darauf, dass seine Töchter einen Berufsabschluss erwerben. Liese war also vorbereitet. In Österreich sah es zwar besser aus als in Preußen, was den Zugang von Frauen zu Bildungseinrichtungen anging, doch ein Gymnasium durften Mädchen auch hier nicht besuchen. Und Bildung für Mädchen kostete Geld. Mit elf Jahren ging Liese in Wien auf eine Bürger, anschließend auf die Höhere Töchterschule. Sie ließ sich zur Lehrerin ausbilden, darauf bestanden die Eltern. Ihr Berufsziel aber hieß Wissenschaftlerin. Ich war seit meinem 13. Jahr von dem Wunsch besessen, mich zur Matura vorzubereiten, um Mathematik und Physik zu studieren. Herzlich liebe ich die Physik. Es ist so eine Art persönlicher Liebe wie gegen einen Menschen, dem man sehr viel verdankt. Matura, die österreichische Hochschulreife, und Lehramtsexamen erledigte sie in einem Aufwasch. Und 1901, vier Jahre nachdem in Österreich Frauen ein Universitätsstudium ermöglicht worden war, begann sie Physik, Philosophie und Mathematik zu studieren, um fünf Jahre später über das Thema Wärmeleitung im inhomogenen Körper zu promovieren. Zu dieser Zeit hatte sie die Seminare des Physikers Ludwig Boltzmann besucht, für den sie sich rückhaltlos begeisterte. Seine Vorlesungen sind die schönsten und anregendsten, die man wohl jemals gehört hat. Aus jeder gehe ich mit dem Gefühl, in eine ganz neue und wunderbare Welt geschaut zu haben. Hier erfuhr sie erstmals, dass die als unteilbar geltenden Atome doch teilbar sein könnten. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Die erste Mutige Frauen verändern die Welt Von Barbara Sichtermann und Ingo Rose Gesprochen von Julia Fischer Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören Blümlichkeiten Mit Otärbomend wahrnehmen los Was ist Ich 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 Ich